Hallo, ich möchte euch zeigen eine Fallschule, wo ihr zuhause machen könnt. Ihr braucht auch keine Matten dafür. Wir gehen das Knie runter, wir entscheiden für die rechte Seite, legen uns Hände an die Hüfte und wir rollen nach hinten, nach vorne, jetzt wechseln wir. Jetzt zeige ich euch, wenn man nach hinten geht, kann man auch schön aufstehen. Das heißt, wenn wir an der Seite liegen, jetzt angeknickten Fuß, strengen wir nach vorne. So, das war's von mir. Wenn ihr das Video gefallen hat, suche uns auf www.btf-ev.de. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.